Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu GYM Simulator. Da bin wir noch ziemlich ruhig. Gibt es überhaupt keine Nebengeräusche, oder? Außer meine Footsteps. Oh nein, das Fitnessstudio ist schmutzig. Was ist denn hier? So geht das. So geht es. Hä? Warte ich nicht. So, dann ist das Ready. Ist irgendwas kaputt? Ach, das steht hier gestank. Wer stinkt? Wer ist es? So, jetzt machen wir erstmal hier. Standard. Wird gleich. Wie München. Standard. Wird gleich. Schön wird gleich. Jetzt müssen wir erstmal um den Stinker kümmern. Wo ist der Stinker? So. Oh, Sniffy. So. Ich bleib doch mal hier. Oh, eine Blüte. Ich habe es gebeamt. Hast du es gesehen? Okay. So, der Mob. So, jetzt können wir eigentlich gleich mal rumgehen. Oh ja, die Würoche war schon fast nach oben. muss ich fast Geister zu geben. Die Oramate auch. Ich hätte mich auch gewundert, wenn die kaputt geht. Oh, das Licht. Oh, dieses Licht. So, was kann ich eigentlich mit dem Hammer machen? Nee. Komm mal auf. So. Achso, ja, gut. Okay, mit dem Hammer kann ich etwas bauen. Cori. Jetzt werden wir wieder überrannt. Du möchtest Standard. Weißt du nicht schon? Aber stimmt, ich glaube, ich habe ja festgestellt, wir bräuchten mal neue Geräte und so. Dass wir alles unter den Hut kriegen. Ich finde es ein bisschen lau, dass es immer noch keinen Ton gibt. Aufgeräumt hier. Nur so ein bisschen. Was denn da? Oh, das wird genau aufgeräumt hier. Aufgeräumt hier. Aufgeräumt hier. Aufgeräumt hier. So. Ich glaube, wir haben langsam zu viele Mitglieder und zu wenig Geräte. Was ist mit ihm? Er sappert. Hm. Okay. Gut, dann gucken wir mal nach neuen Geräten. Gehen wir zurück zur Halbzeit. Fitnessstudio. So. Harte mal hier. Kann ich auch noch die Front. Rezeption. Nee. Schwimmbad will ich nicht. Erster Stock. Echt jetzt? Nein. Nein. Oh krass. Aber nein. Das war jetzt einfach bloß Glück. So. Ich guck gleich noch mal. Ich finde es gleich raus. Ich finde es gleich raus. Ich muss jetzt erstmal gucken hier. Hier snüfft schon wieder einer. Noch einer. Jetzt snüffeln. Ja. Es snüfft. Es snüfft. Echt jetzt. Jungs. Könnt ihr das nicht mal selber aufräumen? Das ist richtig schlimm. Mit euch. Richtig schlimm. So. So. Jo. Warte mal. Bringt ihr einfach hier den ganzen Drag mit rein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Warte mal. Ich muss schon mal gucken. Wo war jetzt hier. Ach ihr Schott. Ja. Hätte man noch klein. Mal gucken können. So. Guck mal. Hier haben wir Rudergerät. Ist das schon ein Stück besser? Ja. Gut. Es kostet ja auch schon 3000. Ja. Wir haben 20. Kuchen wir das jetzt einfach mal. Und kaufen noch mal eine verbesserte Handelbank. Dann nehmen wir die Öklamme dazu. Ach. Hier kommt dann schon das Elite-Zeit. Oh. Yes. Beinstrecker. Achso. Die könnte ich ja alle schon kaufen. Stimmt. So. Muss ich das jetzt noch kaufen? Ach ne. Das habe ich glaube ich im. Hast du sehen. Der ist einfach aufgetaucht. Da ist ja auch keiner lang gelaufen. Hier hoch. Gerade jetzt. Ist ja übel. So. Warte. Ich nehme sie erst mal an. Und dann müssen wir bauen. Hallo. Standort. Jawoll. Ist genehmigt. Oh ja. Machen wir gleich. So. Haben wir. Das war das Rudergerät. Achso. Warte mal. Hier hatte ich ja eigentlich schon was vor. Ich mach das mal so. Da wollte ich ja auch noch Laufbänder hinstellen. Und da kommen ja noch die Fahrräder hin. So. Gehen wir nochmal ausbauen. 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 Da steht jetzt alles ein bisschen so. Ah. Ich glaube das müsste ich alles nochmal umstellen. So müsste das ja eigentlich erstmal gehen. Guck mal das sieht genau so ganz sicher aus wie das. Obwohl ich dafür 3000 bezahlt habe. Das ist ja bösches. So 27 haben wir jetzt schon. Guck. Alter wie sieht es denn hier aus. Kann ich ja noch mehr mitnehmen. Was? Neuer Ort. Ja alles klar. Gut. Mach mal gleich. So. So. Jetzt haben wir die da hochgetackt. Kann ich die jetzt auch nochmal verheben. Das ist momentan zu viel. So. Wir haben jetzt mal ein bisschen basteln. Aber dann so. So. Dann haben wir schon wieder neue Mitgliederzen. Eine niedrige. Okay. Der nächste bitte. Du hast gerne. VIP. Alter. Okay. Achso. Warte mal. Da könnte ich eigentlich gleich mal gucken. Wie wir das hier schockmäßig umkleiden. Genau. Dusche. Das wollte ich gucken. 2. 2. Alter. Da drin. Nimm mal. 2. Da drin. 2. Nimm mal. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. ist ja noch am sniffen okay jetzt habe ich das mit dem dv begriffen das war ja auch noch die ganze zeit drauf halten muss so das noch weg oh warte mal das ding ist kaputt ui 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 das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht hier ja auch mal eine runde machen wir nicht aber schon wieder aber nicht den boden da kommt wurde der nächsten die dame wünscht ein vip pass da bin ich ja mega zufrieden oder hier leute also halt das muss ich reparieren okay Stinky ist bestimmt gerade raus ja Stinky ist raus guck dich das an so bauen und kleiden glasieren so jetzt haben wir da schon mal die tüche die andere kommt hier rein die andere kommt hier rein so jetzt können die hier durchgehen das ist doch immer super 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 wir dürfen ja theoretisch auch nicht mehr snitten unter die bank geschwitzt so erstmal den dreck weg machen hier ganz geschmeidig also ich glaube der rest des ritter hier scheint in den umkleiden zu sind obwohl guck mal nicht auf eine latsche und so weil das breit das ist ja übel das hilft schon mal da einer wartet mal kurz ich bin sofort wieder da aber siehste ich hab's gesagt das meiste wird wir in den umkleiden sind in den umkleiden sein und ich hatte recht hier fliegen überall die klamotten rum das geht ja auch nicht das geht ja auch nicht zack sowas so ja wir da wieder wieder Versaiung Versaiung VIP bitteschön nächster bitte next one please so na läuft er lang man seh ich jetzt wie worden ist überhaupt hier seh ich doch meine mitgliederliste alter geil guck dir das an nett und viel ich schätze tagesumsatz 3006er jawohl da haben wir noch mehr irgendwo guck hier tisch grad eh noch mit klamotten so ist hier noch irgendwas drecklich nein nicht aber irgendwo ist noch was irgendwo ist noch was irgendwo ist noch was so gut wie spät haben wir es jetzt eigentlich ist noch so ich werde noch mal gucken den nächsten sowieso eingestellt habe also dran gehen sie noch ich habe noch mal ist das so das hängt doch nicht richtig das hängt doch nicht richtig so wenn du möchtest VIP oder nicht wir sind schon bei 31% nice auch nochmal VIP sehr schön ich möchte langsam hinten ein bisschen mehr aufpackt was wollte ich jetzt gucken nachher personal einstellen das ist ein reiniger dafür bräuchte du bist ein mechaniker du bist sicherheitspersonal wo man die jetzt alle mal anstellen da kann ich nämlich den scheiß hier machen ach das macht der mechaniker mit glücklich der hausse ich weiß es müsste zwar eigentlich gleich schluss sein aber ich will jetzt noch mal gucken ausrüstung das kostet jetzt drei aber hier die handelbank die ich gekauft habe die sieht genauso scheppig als wie die ist auch ein bisschen sehr komisch ich meine ansonsten verkaufe ich die dann einfach oder das ist ja nicht so schlimm so jetzt müssen wir hier eigentlich genug platz haben mal gucken ob das jetzt anders aussieht oder genauso scheiße ne guck mal das sieht schon besser aus also das das war das geld wert so bei den fahrrädern ist genau dasselbe da bist du dann genauso wie bei jedem anderen simulator ich glaube mit irgendwann kannst du selbst genug leute haben ja guck mal das ist doch ein ordentliches subnail und die jungs halb das alles sauber ja das ist doch klasse so sie möchten vip sehr schön herzlich willkommen die dame wünscht ein vip sehr schön müsste eigentlich gleich nach hinten machen ein bisschen mehr hier aber das macht ja mal technisch super da vorbeigelaufen so warte und zwar umkleide ich kaufe mir noch zwei benkel 1 2 3 1 2 3 jeweils noch mal ne umkleide aber das zählt gar nicht zur liederlichkeit wenn ich das so sehe weil er macht ja ob das vorne so wie es aussieht so ich brauche jetzt baumodus umkleide zack 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 so gehen wir gleich rüber aber jetzt blödsinn wenn ich jetzt alles nochmal neu mache ach doch guck mal der macht auch hier hinten rennen ja jetzt machen wir die jetzt lüft ein bisschen warum ist denn du nicht durch ich hab sie ja nicht alles holzen müssen ach sie geht jetzt auch gleich ah ok dafür sind dann also die umkleiden ah ok dafür ist dann der sicherheitsdienst da das ist gut wenn die belästigt werden das hier schwingt es aber an ja jetzt haben wir los mit schwitzen ich hab mich erst mal zerschrocken was so weiter im text bauen hier machen wir jetzt auch nochmal drei hin eins zwei drei und dann drüben auch nochmal drei hauptsache genug lockers ok warte 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 jetzt eins zwei drei 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 ist denn hier kaputt da müsste ich aber auch nochmal ein paar Duschen kaufen warte sind das Schuhe hä was macht sie jetzt was ist mit dir was ist mit dir ah ok du hast dich jetzt so umgezogen was Duschen in den Klamotten ja gut ok ist ja ist ja auch verständlich so wir haben es jetzt 20 Uhr das Fitnessstudio hat anscheinend geschlossen das ist auch sehr schön dann habe ich jetzt endlich meine Ruhe ähm Dekoration 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 Nummer eins das kann man ruhig weglassen das kann man auch mitnehmen ich glaube eins von denen ich glaube das habe ich schon hängen das war es ein Deko ja generell ein Deko krass komm da nimm den Panser noch so was haben wir jetzt noch Fliesen Gummifliese Jumpatsch-Fliese Extrasimpools die Klimaunahe wäre bestimmt auch nicht verkehrt ja die gibt es ja auch nicht wirklich mehr dann nehmen wir noch mal zwei Duschen so also pass mal auf ich würde sagen die Dekoration wie war denn das jetzt ist ja das jetzt so hier ja gut ok ok nochmal Dekoration diese kleinen Minibilder das ist auch extra größer gemacht aber gut ja dann passen die wenigstens auch hier hin so jetzt müsste ich ja noch ein so ein ne zwei sind sogar ok jetzt geht der jetzt geht der Club hinten wieder los warte mal kurz da muss ich mal schnell was einstallern 9 anwenden so ich lege ja eh meine Musik unten drunter also nicht dass ihr dann hier doppelte Geschichten hört hier das muss ja dann auch nicht sein sooo dann haben wir jetzt noch den Fernseher wo klatschen wir den Fernseher hin mich würde dann bloß mal interessieren was läuft dann auf dem Fernseher das würde mich eigentlich mal mehr interessieren oder ob da überhaupt was läuft so haben wir noch was decoration mäßig ja der only bad workout is the only you didn't do ok jetzt kann man da so wie ein klatschen so dann siehts doch eigentlich schon mal ganz hier drüben ist noch ein bisschen nackig aber ich denke mal das kriegt man auch noch voll reise reise so was ist denn das jetzt hier warum achso weil bestimmt geschlossen ist naja gut so hatte ich jetzt noch was ja ich glaube für die umkleben hat jetzt noch was oder ja genau eine bänke eine bänke eine bänke das muss man ja genauso so würde ich jetzt überdrehen müssen jetzt machen wir mal den Pulli rum so dann hat man ja noch was und zwar noch mal eine Dusche da blöd wenn man mit dem Ding davon raus rum rennt da ganz dran dürften sie nicht stehen ne aber ist ja besser wie nix ne ist ja besser wie nix so dann räumen wir das noch auf hier zack dann würde ich sagen können wir ja eigentlich mal zu machen was ist denn hier eigentlich kann ich mit dem Ball jetzt mal mittlerweile anders machen nein so wo war jetzt mein Zuhause ich glaube hier hinten war schon was war das nicht jetzt noch mal Gasse ich glaube ich musste da auch hier an den Hunden vorbei ne ist das jetzt hier ahja so dann gehen wir schon schlafen das wars schon hier hier wird raus hier wird raus Level 4 sind wir jetzt das muss jetzt nicht unbedingt was gewesen aber zuerst das ja nicht hier gewesen so warte mal ähm ach ja wir haben sie ja ich könnte sogar ein Video einfinden ok wartet mal kurz mal probieren ob das geht einfach nur mal gucken also nicht wundern ihr seht das jetzt nicht aber ich fummle grad ähm im opera rum vielleicht hört man es jetzt mal kurz so so ähm meiner oh gerade na ja 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 ruhe so nicht ähm ich habe aber leider nichts sportliches muss ich gleich dazu sagen also müssen wir mal gucken welches Video wir nehmen ähm gehen wir auf Inhalte so und zwar könnten wir eigentlich genau wisst was wir nehmen einfach die hier wir nehmen jetzt einfach die hier mal kurz mal den Link kopieren opera wird auch beenden jawohl vielleicht habe ich jetzt abbrechen gedrückt äh jetzt so dann sind wir uns hier mal copy und fest ladet 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 wir werden jetzt irgendwann mal da das Video abspielen also wenn der fertig ist mit laden gehe ich mir davon aus oder ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber die Zeit läuft ach guck mal doch das lädt noch ok so du möchtest BRP danke sehr bitte gleich das lädt immer noch ach dann nehme ich gar nicht schrocken haltet den Jaksch das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein das ist jetzt nicht mehr Fernseher das lädt immer noch wahrscheinlich nicht so ein langes Video nehmen sollen oder für 3.000 nein niño 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 jetzt gibt es noch eine andereayo kam aber dann redet euchige 来 eine buchse sack und es lädt immer noch es lädt einfach schon sollte das funktionieren ja so ist es du sack hier gibt es regeln Junge, der war allein ein Grabschen hier. Ach, das hätte ich dann bestimmt mit dem Blöden. Ach doch, hier, so hätte ich das machen können. Aber dafür habe ich ja meinen Strongman, mein Security, mein Security, das lädt immer noch. Es wird bestimmt ein bisschen dauern, weil es ist quasi die erste Folge von hier. Das könnte ein bisschen dauern, bis das mal angezeigt wird. Also ich glaube, das muss man es nicht mehr schaffen. Da will man es nicht mehr rausbrennen, ja? Schlechte Werbung, Freundchen. Kannst du nicht einfach machen. Obwohl mir ja gar nicht mehr angezeigt wird, dass er noch snifft, ja. Aber ich denke doch mal, das wird Pläne ziemlich gut. Den Griff haben hier, ne? So, das lädt immer noch. Ja, gut, okay. Vielleicht das nächste Mal, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir ein bisschen Feedback da. Und ansonsten könnt ihr mir auch ein Abo da lassen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Dann denkt dran, die Glocke zu aktivieren, beziehungsweise dann verpasst ihr nichts mehr. Und über ein Däumchen würde ich mich natürlich mega, mega, mega mäßig freuen. So. Gut. Werden wir noch ein bisschen gucken hier, also beziehungsweise nicht weiter gucken, aber ich werde mich da noch mal ein bisschen schlau machen, wie das dann so mit den Videos ist. Ansonsten musst du schon mal gucken, dass ich irgendwas finde. Gut. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.